Musik Potenzielle Schwerverbrecher sozusagen mit Tüchern über dem Gesicht, so dass man ein falsches Gesicht kaum erkennen kann. Ich würde euch wirklich darum bitten, die Tücher runterzuziehen, so dass man euer Gesicht erkennen kann, weil wir hier schon den Tatbestand der Vermummung haben. Wir haben gerade von der Polizei darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß, dass ihr alle lieb seid und auch friedlich bleiben werdet, aber beweist einfach der Polizei, dass ihr hier mitspielt und dass wir wirklich ein friedliches Team sind. Und zusammen heute gegen Akta Kevin! Die Frage, ich glaube, zweimal gestellt bekommen, warum sind wir noch hier? Wir sind hier, weil Akta noch nicht gestoppt ist. Wir haben zwar einen Teilerfolg erzielt, in dem die Europäische Kommission jetzt gesagt hat, Akta wird jetzt nicht abgestimmt, Akta geht erstmal zum Europäischen Gerichtshof, aber das bedeutet nicht, dass Akta jetzt tot ist, sondern Akta wird nur auf die lange Bank geschoben. ... aus dem Gegensatz, aber man muss angraben politisch. Hallo! Da gibt's nur noch die Viererungen. Wie lange ist die? Wollen wir auch gleich, vielleicht ist es liegen. Komme auch nicht. Das war so zu sagen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017